Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2 der deutschen Übersetzung von den G-Trans Versionen, immer noch 2.02 Beta Revision 865 Mit dabei ist der Kill Bill, grüß dich Hi, hallo Oh, mit dabei ist die Mary, grüße dich Hallo So, können wir mal ausrüsten, ne? Ja Haben wir ja im letzten Part irgendwie vergessen So, soll vorkommen Ähm Mal Das ist schon die richtige, okay Äh, das ist richtig Ähm, was ist das hier? Ja, das ist richtig Ja, 10 Punkte sogar Das ist nicht wenig Das ist nicht wenig, gell? Die Kettenweste wird jetzt mit Wolfsgürtel verrüstet Obwohl das auch gar kein Gürtel ist, ne? Ja, das ist richtig Wieder ein kleiner Hinweis an Special So Ich hab so viel Scheifenpanzer Was? Scheifenpanzer Ja Nee, Mary, was hat Mary gesagt? Ich hab so viele Klamotten Ja Ach so So, was soll man sagen, wir gehen direkt speichern Ja, genau Genau Also gleich, Wolfsgürtel nochmal nachchecken Passt so nicht ganz zum, äh, Symbol Ja, oder Symbol Ja, oder Symbol halt anpassen an den Namen Je nachdem, was leichter ist So, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Äh, also Die große Schildkröte suchen, ne? Genau Ja, wie er da gestrandet ist Ja, wie er da gestrandet ist Sag mal, ruckelt das bei dir? Oder bei euch? Nö, überhaupt nicht Nö Ruckelt das bei dir? Äh, ja, aber das, äh, ja, ist okay Bei mir ruckel, ich bin ruckelfrei Ja, das ist minimal Ja, das ist minimal Das kann man leben Alles, wie sie alle dann leben haben, ja? Heftig Also ich doch, ich ruckel hier ein ganz kleines bisschen Wir müssen ja eigentlich gegen die Dorfbewohner kämpfen Dankeschön Boah, voll reingehauen, ja Das sind doch hier die Monsters Ja, aber das war doch so ein Dorfbewohner-Typ Oh, Kirbel, level up Viel Spaß damit Ah ja, überall, ne? Das sind die Stärke So, aber wie kommen wir jetzt zu der Schildkröte? Ist jetzt die Frage Ich glaube, die ist nach Osten oder so, neben dir Nach Osten? Ja, die ist doch gestrandet Ne, nach West Der ist nach Osten gelaufen, ja Das letzte Mal, die, die große Mega-Schildkröte Hm, man weiß es nicht Die ist doch gestrandet Ja, das sagt man auch von so manchem wahr Ja, die sind auch gestrandet Aber die stranden nur, wenn sie doll sind Hm, mehr oder kurz davor Hm, weil wieder der U-Boot so nachher so laut war Also gibt's zumindest wissenschaftliche, äh, Forschung, ging es, ja Dass es da zusammen einige Miteinander gibt Achso Habt ihr das gewusst? Äh, jetzt, ja Ja, ja Ja, wieder was gelangt, ne Danke Oh, das klingt nach einem Vulkan Ja Boah, Übel ist angegangen, das Monstergott Ja, man, schon aufgespießt hier Sieg Halt Der Mary war schon verdächtig weit unten Tja, ich hab's noch Ja, guck mal, ich hab's geschafft Ja, ich hab's nicht immer mehr angehalten Ich hab's jetzt Und zwei, glaub ich Zwei, ich hab's noch Ich wette, wir sind ja total verkehrt Wie immer Ich hab's noch grad gesagt, wir gehen hier richtig, ne? Ich glaub, wir gehen da, wo wir schon Da waren wir doch Ja, wir waren hier ja schon, genau Aber der war doch unten am Strand, wir sind am Strand, hallo Wir sollen doch auch am Strand Warum? Sollen wir an den Strand? Hat er doch gesagt, der Dorf wohne am Strand Hä? Hat er das nicht gesagt? Hm, keine Ahnung Ne, das war außerdem der Seebewohner, wo du dich noch drüber aufgeregt hast Ja, der Seebewohner, genau Der war doch am Strand, dachte ich, hat er gesagt Hm, das weiß ich noch nicht so genau Also ich geh jetzt mal Aber die Wand sind doch überall Ja, und hier ist der lang gelaufen Und es war doch drüber Ja Genau, also muss er hier irgendwo sein Hm Ich soll nicht weg Wir sind doch spät Hast du gehört, die Insel niest? Ich hab mich verpasst Was ist da? Ja, jetzt sind wir wieder hier Hier sind wir schon reingelaufen Ach, das ist der Speicherpunkt Nein Nix speichern 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 Oh Vielleicht gehst du weiter Nix speichern Nix speichern Nix speichern Nix speichern Lachen Nix speichern 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 Wir brauchen keinen Level�abs Jetzt werden wir nachzudenken Römer It's a Miii! It's a Miii! Ich mach mal ja auch Stärke. Stärke ist eigentlich immer ne gute Wahl. Vor allem auf kampfbasierten Spielen. Ja, momentan kann ich eh nicht zaubern irgendwie. Das ist sowieso komisch. Wieso komisch, wenn du nicht zaubern kannst, finde ich nur so sehr, mein König. Genau. Jo, Gesundheit. Auch spätestens ab der Stufe 25 kannst du dich aber wandeln. Dann musst du jetzt auch bei mir. Ja. Ja, bei mir auch, umgezogen, weil wir extremer. Ja. Aber ich leute hier auf jeden Fall nix. Nein, ich auch nix. Eigentlich auch nicht. Eigentlich? Ich das hier wüsste. Das ist auch kein Update-Symbol von Windows zu sehen und so. Bei mir auch. Also ich mach heute definitiv. Wieso? Jetzt ging's kurz schnell's. Wohin, du, 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 du! Oh, jetzt blöd zu först. Du, du expediert. Oh, jetzt wird er schnell. Jetzt wird er schnell. Covid-19 zu langsame. истisch kann ich das noch. Ist das ja zu leichter oder langsam? Wieso ist das denn jemand was im Hintergrund angehört? was soll ich machen im hintergrund das soll ich den runterladen weniger spiele ihr habt doch gerade gesagt dass da kein update symbol ist überhaupt einmal zu ja das musst du wieder das war dein mac der hat im hintergrund geupdate ja du hast das vm keine vm natives windows das ist windows über bootcamp installiert das ist nur ganz normales windows installiert auf dem rechner wenn du so willst auf dem mac da verließe ich noch mal was ist das ist keine vm sondern gut kämpft ganz normal das auch ich weiß nicht doch weiß ich weiß es auch nicht auch gucken da oben seine treppe und das ist nicht gekriegt vielleicht müssen wir hier noch links was ist denn noch als das mitgekriegt was habe ich mitgekriegt mit bootcamp ja ich kenne bootcamp also von von namen jetzt kann ich zwar nicht aber auch die funktion von bootcamp ein döner ein döser das ist das bestimmt schön schaub und extra so ist unglaublich Zwiebelring im Schiff beschließt uns Schöner bin ja halbtot, ey Nein, das ist ein Gülle-Küchen, nicht das so ausmächeln Ja, Gülle-Küchen, die hießen auch im ersten Teil Gülle-Küchen Die waren ja auch noch weiß, im ersten Teil waren die ziemlich böse Ja Da kann ich mich noch ganz straff anordnen Ganz straff Dass die gar nicht lustig wurden Äh, hoch noch Ich wollte eigentlich auch losgehen, ne Aber jetzt haben wir hier drei Gülle-Küchen auf Level 15 Oh, schnell Mary, du musst ja nicht mal zaubern lernen Äh, ab 25, ist noch mal viel Wie warst du noch? 24, ist er Ne, Quatsch Äh, Levels 14 ist er, oh, das dauert noch ein Stück Ähm, Gäbel? Ja Oder bin ich das? Du bist das Hä? Oder Mary Okay, warte mal Wieso bin ich jetzt oben rechts in der Ecke? Ja, ich hab, ich bin auch jetzt irgendwie woanders Du hörst, ich war oben Links Ich stehe jetzt nicht oben Ja, genau Ihr habt doch funktioniert Also ich bin jetzt Merit Ich muss das auch wissen Nicht? Was? Ja, du musst nachnehmen mal Pause drücken, damit du wechseln kannst Nee, ich kann dir sagen, warum Guck mal, wer da verstandert ist Ach Da hab ich natürlich automatisch die Kontrolle übernommen Ach so Könntest du ja nicht versterben, so Dreckvieh Jetzt musst du Ich hab die Kontrolle übernommen Mann, 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 Mann Jetzt schon mal alle genau daneben, ne, es gibt Gas, komm, ey Ach, katsch Nee, nix, Gift, Gas So, das hast du jetzt auch vom Käbel, weil du da mit dem reinrennen musstest, war ich versteinert Warte mal, jetzt muss ich jetzt Start drücken Na, oder? Ich weiß denn jetzt wer? Ja, ich bin wieder normal, ich hab schon die Zürichse gewechselt Alles klar, gut Komm schon, Stock, du extra fähig Aha, jetzt hast du auch mal einen Upgrade, äh, Upgrade, äh, gemeinzt schon Hm Update Keine Ahnung Ja, doch, Mann Vitalität Sowieso habe ich jetzt keinen Ton mehr Ah, ich komm wieder Das ist nur die Musik-Laser geworden, alles klar Hm Was ist jetzt? Oh, ey, jetzt haben wir schon wieder Time-out, Time-out Was? Warum? Jetzt gibt's Living-Game, oh Mann, ey Alter Ich weiß nicht Ich weiß nicht Hat hier schon wieder jemand gedingst? Nein Ich hab gar nichts gemacht Ich hab auch nichts gemacht, scheiße Ich hab auch nichts gemacht Das ist aber sehr merkwürdig Also ich hab wirklich diesmal gar nicht, nicht nur meinen Browser im Hintergrund auf, gar nichts Einfach nur gespielt Ja Ich schick das nicht, Alter So, wir haben jetzt elf Minuten aufgenommen Gut Ja So schön Ja, Mann Dann machen wir noch eine Absage Also nur eine Absage Bei der nächsten Aufnahme Ja, wir versuchen wieder an diese Stelle zu kommen und sehen uns am nächsten Part wieder Ja Ja, genau Das wird genau wieder hier Ja, so ziemlich, ne? Also Ja, wir sind ja cool Macht's gut, bis dahin und tschau'n Tschüss 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 Tschüss